Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Paprika-Cremesuppe. Die Paprika-Cremesuppe ist eine feine Cremesuppe, die Schärfe kann jeder selbst steuern. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Vier bis fünf rote, lange Paprikaschoten. Große Zwiebel. Drei Esslöffel Olivenöl. Ein Esslöffel Tomatenmark oder ein Fertigprodukt aus dem Handel. 0,6 Liter Rinderbrühe, Hühnerbrühe, Kalbsbrühe, Gemüsebrühe oder Würfelbrühe. 100 Gramm saure Sahne. Tartrockener Weißwein. Ein halber Teelöffel chinesische Paprikapaste. Cayenne optional. Vier Knoblauchzehen. Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle. Prise Safran. Zwei Großmarin. 50 Gramm Walnüsse. Vier Teelöffel Balsamico-Creme. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf. Schüssel zur Aufnahme des geputzten Gemüses. Schöpflöffel bzw. Kelle. Mixgerät. Handrührer mit Mixstab oder Zauberstab mit Schüssel. Zubereitung. Die Paprikaschote unter fließendem Wasser abwaschen, den Stielansatz entfernen, halbieren, die Zwischenhäutchen mit den bei dieser Paprikasorte wenigen Kernen entfernen und in grobe Würfel schneiden, siehe Bruneustechnik. Die Zwiebel und drei Knoblauchzehen schälen und ebenfalls in grobe Würfel schneiden, siehe Bruneustechnik. Das Öl in einem Topf erhitzen und das zerkleinerte Gemüse andünsten. Das Tomatenmark zugeben und den Inhalt des Topfes tomatisieren und kurz andünsten. Den Weißwein zugeben und fünf Minuten köcheln. Mit der Brühe ablöschen und weitere 15 Minuten köcheln. Die Suppe zuerst mit einem Pürierstab pürieren. Die Suppe mit gepresster Knoblauchzehe, Safran, Salz und Paprika muss würzen und abschmecken und eventuell nachwürzen. Sahne zugeben und unterrühren oder pürieren. Walnussstückchen und Rosmarinzweig in Olivenöl rösten. Heiß in Suppentassen geben, mit Balsamico-Creme, den Walnüssen und dem Rosmarin garnieren. Als Beilagen eignen sich Mit Knoblauch-Berry-ebene Croutons oder in Olivenöl geröstete Bargett-Scheiben. Diese Varianten gibt es. Weitere leckere Gemüsecremesuppen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!